Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer kleinen kurzen Stream-Ankündigung. Ja, es ist Samstag und ihr wisst Bescheid, Samstag gibt es immer ab 17 Uhr einen Livestream. Ich versuche, dass es heute wieder auf YouTube und auf Twitch läuft. Und zwar werden wir heute Unravel spielen. Ein unheimlich tolles Spiel, auf das ich mich schon sehr sehr freue. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal vorbeischaut. Ihr findet alle notwendigen Informationen unten in der Videobeschreibung. Also, wie ihr halt eben auf die Livestreams kommt. Und ja, mal gucken, mal gucken. Ich denke, das wird ein wunderschöner Abend. Ich freue mich auf euch. Also, bis ab 17 Uhr. Tschüss!